Hallo, schön, dass ihr hier vorbeischaut. Wenn ihr euch fragt, wie ihr eure Microsoft Office Programme schneller und effizienter bedienen könnt, seid ihr hier genau richtig. Mein Name ist Robert Kirschner und ich werde euch hier Montagabend immer zwei bis fünfminütige Tutorials einstellen mit Lösungen zu Aufgabenstellungen, Problemen, wie ich sie in meiner über 20-jährigen Trainertätigkeit immer wieder kennengelernt habe. Schaut also am besten einfach hier vorbei oder abonniert meinen Kanal, wenn ihr Antworten zu Fragen bekommen wollt, wie geht eine Gliederung entwört, wie werde ich in Excel schnell und effizient aus, wie managt Outlook meinen Posteingang oder wie mache ich denn eine schöne PowerPoint Präsentation. Ihr könnt mich hier über Xing oder über LinkedIn kontaktieren oder per E-Mail, um eure Anregungen, Wünsche, Kommentare, Feedbacks loszuwerden. Abschließend wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß beim Anschauen und Umsetzen der Tutorials.